Liebe Zuhörer unseres Radios, der Lebensschutz ist wichtig. Es war jetzt auch am vergangenen Samstag der Marsch vor das Leben in Berlin. Es gibt verschiedene Gruppierungen, die hier tätig sind, eine Vielfalt, die sich auch zusammenschließen. Eine der Gruppierungen heißt Tiqua, ein Wort aus dem Israelischen, das Hoffnung heißt, T-I, wie dann Quelle, Q-A-T-Tiqua. Und die rufen zu einem 48-Stunden-Gebet für das ungeborene Leben auf, vom 26. auf den 27.09. Ja, das ist schon ein wichtiges Anliegen. Sie können dort weitere Informationen dann beziehen. Tiqua, Info, 24-Stunden-Gebet. Dann noch etwas, was ich auch jetzt eben gefunden habe, bereits und zwar in der Hausmitteilung des Deutschen Bundestages, also nicht irgendeine Fake News zum Maskentragen in der Hausmitteilung des Deutschen Bundestages. Wie soll die denn entweichen, wenn man da so den üblichen Mund-Nasen-Schutz hat, außer man hat irgendeine hochprofessionelle Sache? Ein ständiges Aus- und Wiederanziehen der Mund- und Nasenbedeckung ist aber auch nicht sinnvoll, da so das Risiko einer Kontamination erhöht wird. Zwischendurch sollte man sie also zum Durchatmen eher unter das Kinn schieben, aber weitertragen. Also wir müssen uns schon langsam überlegen, ob das alles noch Sinn macht, wenn in einer halben Stunde, ich denke dann, Leute, die es den ganzen Tag tragen müssen, die CO2-Werte im Blut massiv ansteigen. Das kann ja auch nicht gesund sein und wird die Gesundheit massiv auf Dauer zumindest schädigen. Oder ein Augenarzt hat gesagt, dass er noch nie so viele Leute hatte wie jetzt. Das ist ja immer, wenn sie dann ausatmen, die Duft geht ja nicht wie sonst einfach dann gerade von innen weg, sondern die wird durch diese Maske überall hinausgepresst. Auch immer so ein sanfter, leichter Zug über die Augen und das trocknet die Schleimhäute bei den Augen aus. Also gibt es Probleme mit den Augen. Ja, im Grunde genommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir das perfekte Problem. Vielleicht versuchen wir es halt auch mal mit dem lieben Gott, dass wir ihn bitten, Herr, mach doch dieser Plage und dieser Not ein Ende, da wir selber schon mit unserer Weisheit ziemlich am Ende sind. Ich wage es nur mal, das einzuwerfen in die Diskussion, ohne dass gleich Steine fliegen. Prof. Dr. Manfred Spreng hat ein interessantes Heftchen herausgegeben. Es trifft Frauen und Kinder zuerst, wie der Genderismus krank machen kann. Die Kontaktdaten zu diesem Buch sind beim Hörerservice hinterlegt. Er ist ein renommierter Gehirnforscher und hat sich mit der Sprachentwicklung bei Menschen befasst. Die den Spracherwerb fördernde Bedeutung des engen Kontaktes mit der Mutter in den ersten drei Lebensjahren und die eines ungestörten familiären Umfelds kann nicht hoch genug angesetzt werden, wenn man die im Rahmen des Ärzte-Reports herausgefundenen besorgniserregenden Analysen betrachtet. Das war im Jahr 2012. Anhand großer Datenmengen hat man ermittelt, dass 38 Prozent der Jungen und 30 Prozent der Mädchen im sechsten Lebensjahr eine Sprechstörung aufweisen, die zu 20 beziehungsweise 14 Prozent logopädisch, also sprachtherapeutisch behandelt werden muss, kosten etwa eine Milliarde Euro. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sprachstörungen. Wörtlich heißt es im Barmer Ärzte-Report, es handelt sich um Störungen, bei denen die normalen Muster des Spracherwerbs vom frühen Entwicklungsstadium an beeinträchtigt sind. Da muss man mal fragen, was ist denn da los? Und dieser Frage geht danach, warum ist das so? Warum ist das schon frühkindlich so gestört? Auch nur teilweise Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache ziehen oft sekundäre Folgen nach sie, sich wie Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben. Störungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, im emotionalen und im Verhaltensbereich. Mit Recht weist der Barmer Ärzte-Report abschließend darauf hin, dass bei den Störungen des Sprechens und der Sprache in der Regel von einem frühzeitigen Beginn der Störungen der Kindheit auszugehen ist. Betrachtet man das Los der Kinder im fortschreitenden Genderismus, dann erkennt man weitere besorgniserregende Tendenzen. Das auf die erwerbstätige Frau fixierte Geschlechterbild der Gender-Mainstreaming-Ideologen schließt das Wohl der Kinder und die Interessen, der dahinter daheim erziehenden Mütter weitgehend ausschreibt, Spreng. Insbesondere das auf Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz beruhende Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit wird dabei grob missachtet. Denn den Frauen wird von nahezu allen Seiten, vor allem auch seitens der Wirtschaft, vermittelt, dass es ein erstrebenswerter Zielse, Familie und Beruf permanent miteinander zu vereinbaren. Dies erklärt zum Teil die starke politische Unterstützung der Möglichkeit der Erwerbstätigkeit der Mütter, welche konsequenterweise die außerfamiliäre Betreuung der Kinder fordert. Nämlich mit einer Krippenpolitik in Großstädten gibt es mittlerweile schon die 24-Stunden-Kitas. Man muss sich deshalb nicht wundern, dass die Zahl der Fremdbetreuungseinrichtungen, welche bereits Kleinstkinder angeboten werden, stetig zunimmt. Er bringt dann etliche Zahlen, die das belegen. Und er schreibt dann, warnende Hinweise werden überhört beziehungsweise unterdrückt. Die Nubeck-Studie. Dies wird durch die vom Bundesfamilienministerium geförderte Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit 2013 herausgekommen, abgekürzt Nubeck-Studie herausgestellt. Dort hat man erkannt, dass Kinder im Alter von ein bis drei Jahren am besten zu Hause aufgehoben wären, sofern das soziale Umfeld stimmte. Andernfalls sei in diesen hinsichtlich Gesamtbevölkerung in relativ geringen Fällen eine Betreuung besser. Optimales Betreuungsverhältnis 1 zu 2, also eine erziehungsverantwortliche Person und höchstens zwei Kinder. Wobei allerdings die Qualität in mehr als der Hälfte der Einrichtungen als unzureichend bezeichnet werden muss. Als besonders problematisch sind bei der Krippenaufbewahrung mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen und Entwicklungsstörungen zu betrachten, wie zum Beispiel Stresshormonausschüttung in Folge Schlafmangels, Wachstumshormonminderung in Folge Schlafmangel. Weil wenn jetzt da mehrere Kinder in einem Hort beieinander sind, ist immer irgendein Kind, das quäkt. Ist ja ganz normal auch. Oder das irgendwie aufwacht und das quengelt und das die Mutter haben möchte. Aber Kinder sind extrem auf Ruhe angewiesen. Und das ist das Problem. Es wurde bestätigt, dass in der Tat beim Kleinkind bei der akuten Abgabe in der Krippe bzw. Kita und Entfernung der Mutter nicht nur herzzerreißendes Weinen, sondern infolge dieser dramatischen Trennungserfahrung und dem Gefühl des Ausgeliefertseins, dass Cortisol eine erstaunlich hohe besorgniserregende Konzentration erreichen kann. Zahlreiche untersuchende Kinder haben diese Ergebnisse untermauert. Meine Mitbrüder, die größere Pfarreien haben, haben auch meistens so E-Kitas, die bestätigen das. Damit muss als gesichert gelten, dass vor allem bei außerfamiliärer Betreuung von kleinen Kindern bedenkliche Veränderungen des Cortisolprofils auftreten, selbst bei qualitativ sehr guter Betreuung. Und dann hören Sie mal das Folgende an. Am ehesten lassen sich die Cortisol-Tagesprofile der Kleinkinder in Krippen mit den Stressreaktionen von Managern vergleichen, die beruflich extremen Anforderungen ausgesetzt sind. Und das Problem ist, dass Cortisol im Unterschied zu anderen Mitteln wie Adrenalin oder Noradrenalin ganz schwer abzubauen ist. Das heißt, das lagert sich ein, das liegt dann auch dar. Ich werde morgen an dieser Stelle weiter fortfahren. Und das hat dann bleibend schädigende Auswirkungen. Damit ich nicht missverstanden werde, nochmals an dieser Stelle. Ich weiß natürlich, dass es manchmal bei Alleinerziehenden keine andere Möglichkeit gibt, als das Kind abzugeben. Aber es gibt eben viele Situationen, wo man es doch anders regeln könnte. Und wo man die Kraft und die Zeit der Liebe dem Kind in den ersten drei Jahren geben sollte und müsste, weil das für die seelisch-emotionale Gesundheit des Kindes am wichtigsten ist. Es segne, schütze und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten.